Hessens Ministerpräsident Roland Koch hat heute seinen Rücktritt aus der Politik erklärt und will in die Wirtschaft wechseln. Was halten Sie davon? Ja, ich finde das richtig und konsequent. Ja, ich kann da überhaupt noch nichts zu sagen. Erstmal, weil ich gar nicht die Hintergründe weiß, warum er das gemacht hat, was er will. Ja, er sagt, er möchte in die Wirtschaft wechseln. Ja, er hat vermutlich gute Kontakte. Was soll ich dazu sagen? Soll mir recht sein, bis er gerade dazu getreten ist. Ich habe nichts mit ihm am Hut. Das ist mir ganz neu und ohne Gründe kann ich mir gar nicht viel vorstellen, außer dass er vielleicht mehr Einfluss, mehr Macht haben will. Und dass es anscheinend ein gängiger Weg ist, das zu bekommen, würde ich natürlich erstmal grundsätzlich nicht so gut finden. Dass er sich aus der Politik zurückzieht, finde ich gut, weil Koch ist überhaupt nicht mein Fall. Ist ein harter Hund, so gesehen kann man schon fast sagen Hut ab, aber so inhaltlich finde ich ihn sehr unsympathisch. Und deswegen von mir aus darf er ruhig gehen, ja. Ich glaube ich King recompensierst. Also soll mich von unter anderem, pueda ich mich für euch geben.